Ich rufe Tagesordnungspunkt 46 auf, Antrag der Landesregierung betreffend vierte Verordnung zur Änderung der Verordnung über den Landesentwicklungsplan Hessen 2000, hier Zustimmung durch den Hessischen Landtag, Drucksache 19, Drucksache 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 51, Antrag der Fraktion der FDP betreffend Ultranetzschutz der Menschen sicherstellen, Landesentwicklungsplan Ernst nehmen, Drucksache 19, Drucksache 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 82, Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend Landesregierung muss Kritik an Ultranet ernst nehmen, Drucksache 19, Drucksache 19, Drucksache 19, sowie Tagesordnungspunkt 83, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Planung und Bau der Gleichstrommuchstraße Ultranet als Chance zur Verschwenkung der Bestandstrassensz nutzen, Drucksache 19, Drucksache 19, Drucksache 19, Drucksache 19,19ży Drucksache 19, Drucksache 19, Drucksache 19 Dreiteit Satan Als Chance zur Verschwenkung der Bestandstrasse nutzen, Drucksache 19, Drucksache 19 raf Anhaltesina zum Landesentwicklungsplan und sage ausdrücklich dazu, dass ich dann aufhöre und dass Herr Lenders erst einmal seinen Antrag einbringt. Ich glaube, das ist die einzig vernünftige Reihenfolge, wenn man diese beiden Punkte zusammenbringt. Also, Plankarte, Landesentwicklungsplan. Im Rahmen der ersten Offenlage zur dritten Änderung des LEP wurden die Planunterlagen allen Mitgliedern des Landtags zugeleitet. Diesen Unterlagen war auch der Entwurf der Plankarte beigefügt. Die Drucksache 19-6158 neu, dritte Änderung des LEP Hessen 2000, der der Landtag am 21. Juni zugestimmt hat, dokumentiert in der sogenannten zusammenfassenden Erklärung die wesentlichen im Rahmen der Anhörung und Offenlegung eingegangenen Argumente. Die zusammenfassende Erklärung zeigt zudem auf, welche Änderungen nach Abwägung aller eingegangenen Stellungnahmen am Plantext und an der Plankarte vorgenommen worden sind. Durch ein Versehen hält sie diese aktualisierte, redaktionell überarbeitete Plankarte aber nicht. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu stehen, bitte ich Sie, heute noch formal der Plankarte als Bestandteil der dritten Änderung des LEP 2000 zuzustimmen. Formal ist das dann die vierte Änderung des LEP 2000. Vielen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN des Landesentwicklungsplans beizufügen. Es ist zwar eher unangenehm für die Landesregierung, es gibt uns aber die Gelegenheit, ein eng mit dem Thema verbundenes Thema noch einmal anzusprechen. Auf der Karte zum Landesentwicklungsplan ist auch die Trasse zu Ultranet eingezeichnet. Man sieht dort sehr genau, wie eng und dicht die Trasse an der Wohnbebauung vorbeiführt, und das beschäftigt natürlich die Menschen, die davon betroffen sind, und zwar zu Recht. Denn es gibt in Deutschland vier große Höchstspannungsleitungen, die sich in Planung bzw. Bau befinden, und davon sollen drei in Erdverkabelung gebaut werden. Dafür haben sich die Landesregierung entsprechend eingesetzt. Wir erinnern uns alle an den Widerstand, der aus Bayern gekommen ist. Das war in Hessen nicht der Fall. Hier soll dementsprechend jetzt auch die Leitung als Freileitung errichtet werden. So sind die Pläne aktuell. Das wird immer nur argumentiert. Wir brauchen Ultranet. Mag sein, Sie argumentieren mit erneuerbaren Energien. Ich sage ganz klar, da wird Kohlestrom aus dem Ruhrgebiet nach Felixburg transportiert. Die Frage ist, wie wir den betroffenen Menschen mit dieser freien Leitung helfen. Denn es geht auch um den Schutz der Bevölkerung. Der ist von den Auswirkungen der Stromtrassen eben schon betroffen. Gerade in Hessen ist das von besonderer Bedeutung, weil wir hier eine Hybridleitung haben. Hier wird auf einer vorhandenen Wechselstromtrasse auch noch Gleichstrom aufgesetzt. Die Auswirkungen davon sind nicht bekannt. Auch das Bundesamt für Strahlenschutz kennt diese Auswirkungen nicht, die es für die Menschen hat. Das sagt es auch. Trotzdem soll es so geplant werden. Man hört dann immer wieder, dass es um Bündelungswirkung geht. Meine Damen und Herren, wenn auf der einen Seite die Bündelungswirkung steht, und auf der anderen Seite der Schutz der Gesundheit der Menschen ist, ist für mich klar, wie ich mich entscheide. Ich hoffe, dass das für alle hier im Hause klar ist, wie man sich da entscheidet. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Wenn es um den Schutz der Bürgerinnen und Bürger geht, dann kann da keine Ausnahme gemacht werden. Dann wird argumentiert, es wird in Bestand gebaut, was mitnichten der Fall ist, was sich schon daran zeigt, dass allein ein Landfeststellungsverfahren im Moment durchgeführt wird und die Bundesfachplanung läuft. Wenn aber der Landesentwicklungsplan gilt, und er gilt, dann muss man sich dafür einsetzen, dass er umgesetzt wird und eingehalten wird. Aber da habe ich bis jetzt noch keine Aktivität der Landesregierung gehört. Herr Al-Wazir hat im Morgenmagazin zu diesem Thema befragt, kein Wort dazu gesagt. Er hat immer nur gesagt, wir brauchen die Leitung. Ja, es gibt Widerstände, aber wir müssen mit den Menschen reden. Kümmern Sie sich darum, dass die Widerstände abgebaut werden, dass die Regelungen, die eingehalten werden, ich höre noch nichts von, und wenn ich als Abgeordneten nichts von höre und die Menschen vor Ort nichts von hören, dann bekommt es eben keiner mit. Dann wird sich auch nichts ändern, Frau Dorn. Das ist doch das Problem. Die Bayern haben das nicht über irgendwelche Gespräche gemacht, sondern indem sie öffentlich deutlich gemacht haben, dass es einen Haufen Ärger gibt, wenn das nicht funktionieren wird. Da kriege ich hier in Hessen überhaupt nichts mit, außer dass es heißt, wir brauchen die Leitung. Das reicht nicht aus, wenn Sie etwas verändern wollen. Ich habe es ein bisschen den Eindruck, der Landesentwicklungsplan ist ein bisschen ein Placebo. Man hat es einmal reingeschrieben und hofft, vielleicht sieht es keiner. Herr Kaufmann würde sagen, weiße Salbe. Hauptsache, er ist aufgeschrieben zur Beruhigung, und sonst passiert nichts. Meine Damen und Herren, deswegen fangen Sie endlich an, sich dafür einzusetzen, dass sich an dieser Trassenführung etwas ändert, dass es eine Erdverkabelung gibt, dass es jedenfalls kleinräumige Trassenverschwenkungen gibt. All diese Punkte sind von den Bürgerinitiativen vor Ort, von den Städten und Gemeinden vor Ort, von den Landkreisen aufgeschrieben und benannt. Tun Sie endlich etwas, werden Sie tätig und setzen Sie sich dafür ein, dass das dann auch öffentlich bekannt wird und dass der Bundesregierung, der Bundesnetzagentur, Druck gemacht wird. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, DIE LINKE und DIE LINKE Meine Damen und Herren, wir haben jetzt einige Anträge vorliegen. Wir sind in unserem Antrag extra nicht auf alle Punkte eingegangen, sondern haben uns auf das konzentriert, auf das wir hier auch im Landtag Einfluss haben. Es gibt Diskussionen über eine linksrheinische Alternativtrasse. Es gibt aber auch erhebliche Zweifel, ob das ganze Projekt, so wie es ist, überhaupt rechtmäßig ist. Es ist z.B. altes Kartenmaterial verwendet worden. Die Theistalschule in Niedernhausen ist gar nicht in dem Kartenmaterial enthalten. Ich will Ihnen nicht sagen, was das bedeutet, wenn eine Schule in diesem Bereich liegt. Über die Auswirkungen müsste man sich klar sein. Mit all dem hat sich seitens der Landesregierung meiner Kenntnis nach bis jetzt niemand wirklich intensiv beschäftigt. Wenn das die Landesregierung schon nicht tut, dann ist es wenigstens Zeit, dass der Hessische Landtag das tut und sich heute klar positioniert. Wir haben einen entsprechenden Antrag eingebracht. Ich freue mich, dass auch die anderen Fraktionen tätig geworden sind und das Thema scheinbar irgendwie auch noch mitbekommen haben, auch wenn es kurz vor knapp war, und der Antrag, glaube ich, so vor einer Stunde irgendwann eingegangen ist. Scheinbar gab es da ein paar Abstimmungsschwierigkeiten. Deswegen bitte ich Sie, stimmen Sie unserem Antrag zu. Machen Sie der Bundesnetzagentur in Ambryon Dampf, dass dort etwas passiert, dass die Menschen vor Ort entsprechende Linderungen erfahren und die Lösungen gefunden werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Dorn, Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir diskutieren jetzt über die Stromtrasse Ultranet. Allein am Verlauf dieser Trasse kann man schon eine Menge erklären. Die Trasse beginnt an einer Umspannanlage in Osterrad. Das ist in Nordrhein-Westfalen. Von dort kommt aber eine Trasse von Emden aus der Nordsee an. Das heißt, sie soll viel Windstrom transportieren und läuft nach Philipsburg. Philipsburg kennen Sie alle wegen dem Atomkraftwerk. Manchmal vergisst man ja, wir haben zwar den Atomausstieg erreicht, aber es laufen noch viele Atomkraftwerke. In Philipsburg läuft noch eins. 2019 soll das auslaufen. Genau dieser Verlauf der Trasse zeigt, warum wir den Netzausbau brauchen. Ich bin es sehr schade, dass mittlerweile die SPD an dieser Stelle immer mehr einknickt bei Südlink, jetzt auch bei Ultranet. Wenn wir die Energiewende zum Erfolg bringen wollen und es schaffen wollen, dass wirklich alle Atomkraftwerke rechtzeitig vom Netz gehen, dann muss man auch zu den Punkten stehen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen von der SPD und von den LINKEN, die auch dazugehören und ein bisschen schwieriger sind zu argumentieren, und das ist der Netzausbau. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Ich erinnere einmal alle hier im Saal an die Tage nach Fukushima. Wir hätten das Unglück als GRÜNE nicht gebraucht, um aus der Atomenergie auszusteigen, die LINKE auch nicht, die SPD auch nicht, aber CDU und FDP haben dieses Unglück erst gebraucht. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, die FDP konnte gar nicht schnell genug aussteigen. Sie wollten unbedingt die Ersten sein mit der Presseerklärung. Dann kam der Energiegipfel. Da haben wir uns alle gemeinsam, damals auch die FDP, auf gemeinsame Ziele verständigt. Wer hat damals die Arbeitsgruppe für den Netzausbau geleitet? Florian Rentsch, der damalige Wirtschaftsminister, hat diese Arbeitsgruppe geleitet. Um welcher Grundsatz galt denn, war ganz oben drauf geschrieben, liebe Kollegen der FDP, um was es beim Netzausbau geht? Das Prinzip NOVA, Netzoptimierung vor Verstärkung vor Neubau. Genau das passiert jetzt auch hier bei ULTRA. Das ist nämlich eine Bestandswechselstromtrasse. Darauf soll jetzt entsprechend ULTRA NET geführt werden. Dieses Prinzip der Bundesregierung unterstützen wir. Nach diesem Prinzip macht die Bundesnetzagentur ihre Pläne. Aber für das setzt sich die Landesregierung, liebe Kollegen der FDP, schon sehr lange und sehr viele Monate ein. Diese Trassenführung soll aber jetzt so passieren, dass sie auch verträglich für die Menschen ist. Das bedeutet, wir fordern Verschwenkungen. Das ist schon ganz schön lange und ganz schön intensiv. Nämlich da, wo die aktuelle Wechselstromtrasse sehr nah an den Siedlungen vorbeigeht, teilweise über die Häuser hinweg geht. Ich war auch bei den vielen Bürgerinitiativen vor Ort, habe mir das in Niederhausen angeschaut. Das ist sehr eindrücklich. Genau für diese Siedlungen, genau für diese Städte und Gemeinden ist es eine Riesenchance, dass wir es endlich schaffen können, die bestehende Wechselstromtrasse, die seit 1926 da ist, dass wir sie endlich verschwenken können und die Menschen eben keine Wechselstromtrasse mehr über ihren Häusern hinweg haben, sondern dass sie endlich verschwenkt wird. Dafür setzen wir uns ein, und das ist schon ganz schön lange. Vielleicht liegt es daran, dass Sie noch nicht so lange im Landtag sind. Ich weiß es nicht. Dann die Frage, was hilft denn wirklich? Sie sagen, man sollte möglichst Erdverkabelung machen. Wenn man Erdverkabelung macht, und das wissen Sie, glaube ich, auch, dann haben wir das Problem, dass die bestehende Wechselstromtrasse eben nicht erdverkabelt werden kann. Das funktioniert nämlich technisch nicht. Dann haben wir eine große Erdverkabelung an der einen Stelle, und die Wechselstromtrasse besteht immer noch über den Dächern. Ja, was hilft das denn den Menschen? Das hilft doch den Menschen überhaupt nichts, was sie hier vorschlagen. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Was ich auch nicht verstehe, ist, dass wir bei Mindestabständen sind. Das war damals im Energiegipfel noch kein Thema. Damals hatte die FDP ja ihren Wirtschaftsminister. Wir haben das jetzt im Landesentwicklungsplan aufgenommen. Ich dachte einmal, wir wären uns alle hier im Haus einig, dass das für neue Trassen wichtig ist. 400 m. Es hat plötzlich Maik-Joseph gesagt, aber bitte noch Ausnahmen machen, wenn dann irgendwie neue Wohngebiete gemacht werden sollen. Vielleicht sagen Sie einmal, was Ihre Position ist. Soll das jetzt Mindestabstand sein oder nicht? Ich verstehe nicht mehr die Position der SPD. Was sagen Sie plötzlich? Das soll auch für Bestandstraßen gelten. Ich bin ja nur Psychologe, und die FDP ist immer ganz stolz, dass sie ganz viele Juristen in ihrer Fraktion hat. Dann können Sie es mir eigentlich viel besser erklären. Wie ist denn das, wenn man neue Richtwerte macht? Dann gilt doch für bestehende Infrastruktur Bestandsschutz. Ist das richtig, liebe Juristen der FDP, oder ist das nicht richtig? Sie wissen es doch viel besser als ich als Psychologin. Natürlich ist das so. Dieses Prinzip hat sich ja auch nicht die Landesregierung ausgedacht. Es macht ja auch Sinn, dass es so ist. Was wir aber den vielen Menschen in der Region zusagen können, und was wir auch zusagen, ist, dass wir uns stark machen. Wir machen uns stark für einen breiten Planungskorridor, wo wir wirklich Verschwenkungen hinbekommen. Ja, wenn das mit 400 m möglich ist, sollte man es auch genau da möglich machen. Aber wir tun jetzt hier nicht so, dass wir uns hier hinstellen, um etwas zu streichen, was wir am Ende nicht halten können. Wir strengen uns an, damit es für die Menschen verträglich ist. Wo es möglich ist, kann man auch 400 m Abstand machen, aber einfach etwas versprechen, was Sie am Ende gar nicht wissen, wie Sie es halten können, Herr Kollege. Das machen wir sicherlich nicht. Das sind nämlich die Menschen, die hier wirklich betroffen sind, nicht wert. – Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Kasseckert, CDU-Fraktion. Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen! Eigentlich ist die Beschlusslage der Plankarte hier auf der Tagesordnung. Hinzu kam jetzt der Antrag der FDP-Fraktion. Ich glaube, dass es zur Beschlusslage der Plankarte eigentlich wenig zu sagen gibt. Das ist der Vollzug dessen, was wir versäumt haben. Damit wird der Landesentwicklungsplan in den nächsten Tagen nach seiner Veröffentlichung zur Rechtskraft geführt. In dem Zuge haben wir die Diskussion eben schon über die 400 m Abstandstassen vernommen. Natürlich haben wir das auch schon im Rahmen der LEP-Diskussion geführt und auch geprüft. Angela Dorn hat darauf hingewiesen, dass insbesondere die Stadt Frankfurt, aber auch andere Kommunen davon betroffen sind. Natürlich ist es auch so, dass wir ab dem Zeitpunkt eines neuen Planes ein neues Recht haben, eine Anpassungspflicht auch für die Kommunen haben, was in der kommunalen Bauleitplanung natürlich schon zu Verwerfungen führt. Das gilt im Umkehrschluss natürlich auch für Maßnahmen von Trassenbetreibern. Hier wird zu prüfen sein, inwieweit der neue Landesentwicklungsplan Auswirkungen hat, was aber auf jeden Fall heute schon sicher ist, dass die Änderung dieser Trassenführung bzw. der Leistung, die auf dieser Trasse geführt werden soll, eben auch in einem ordentlichen Planverfahren über die Bundesnetzagentur abgewickelt werden muss. Deshalb ist in unserem Antrag noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass wir die Landesregierung in ihrem Bestreben unterstützen, Veränderungen herbeizuführen zugunsten der Anwohner. Schon heute ist die bestehende Trasse eigentlich schon sehr nah an der jetzt bestehenden Wohnbewahrung herangehängt. Wenn dort künftig andere Leistungen auf diesen Trassen geführt werden sollen, dann muss das neu bewertet werden. Das gibt die Gelegenheit, und das muss man auch sagen, im Gegensatz zur Erdverkabelung. Käme es zur Erdverkabelung, würde die bestehende Trasse in der Nähe der jetzigen Wohnbebauung bleiben. Es würde keine Verbesserung entstehen. Jetzt hat man die Chance, im Zusammenhang mit diesem Verfahren, wenn es also eine Erhöhung der Leistungen auf diesen Trassen geben soll, vielleicht auch die Verlegung und das Abrücken der bestehenden Trasse von der Wohnbebauung zu erreichen. Das ist das, was wir in unserem Antrag noch einmal deutlich machen und die Landesregierung in ihrem Bemühen dahingehend unterstützen. Aber richtig ist, und auch das werden wir uns in den künftigen Debatten natürlich immer wieder klarmachen müssen, dass die Veränderung der Trassenführungen, dass die höhere Leistung, die künftig auf diesen Trassen geführt werden muss, natürlich im Widerspruch steht zu einem vernünftigen Wohnen. Wenn das näher heranrückt, und deshalb haben wir uns für die 400-Meter-Abstandsregelung auch eingesetzt, wenn das näher heranrückt, dann ist das meiner Meinung nach schon etwas, worüber man durchaus reden muss, wo man auch den Menschen als Schutzgut in den Vordergrund stellen muss. Darüber haben wir diskutiert. Dafür ist diese Regelung, und hier im Speziellen gibt es eine besondere Prüfung durch die Bundesnetzagentur. Ich komme zurück auf den Punkt, wir unterstützen die Landesregierung, im Sinne dieser Anwohner Verbesserung zu schaffen. Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Sechs von 21 Landkreisen sind von Ultranet betroffen. Am Rande haben sich zahlreiche BIs gebildet. Es gibt eine Petition der BI Niedernhausen-Eppstein, die hier beim Landtag anhängig ist mit 1.780 Petenten, die das unterstützen. Die Kommunen vor Ort wehren sich. Im Rahmen der Bundesfachplanung sollte von den Kommunen in kurzer Frist während der Sommerferien zu 17 Aktenordnern Stellung genommen werden. Obwohl das eine Zumutung ist, haben sich zwei Landkreise und sechs Städte und Gemeinden zusammengetan und ein umfassendes Gutachten als Einwendung eingereicht. Tausende Bürgerinnen und Bürger haben als Privatleute ebenfalls Einwendungen bei der Bundesnetzagentur abgegeben. Ich finde es gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich finde, wir sind es diesen Kommunen und diesen Menschen schuldig, dass wir heute hier auch über das Thema Ultranet reden und die Landesregierung zu diesem Thema eine Stellungnahme abgibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich verstehe den Antrag von Schwarz-Grün so, dass sie Ultranet als notwendig ansehen. Dazu stelle ich fest, dass es unterschiedliche Wissenschaftler gibt, die das anders sehen. Es gibt Prof. Kempfert vom DIW oder hier aus Wiesbaden Prof. Jarras von der Hochschule Rhein-Main, die das durchaus anders sehen. Frau Kollegin Dorn, Sie müssen sich schon einmal entscheiden. Der Kollege, der Herr Matthias Wagner, sagt immer gerne zu uns, welche Meinung hat die SPD und wenn ja, wie viele. Frau Dorn, gehen Sie einmal in diese beiden Kreise und in diese Kommunen und fragen Sie einmal bei Ihren grünen Ortsverbänden nach, was Sie von Ultranet halten. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN 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 und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN? Frau Dorn, das finde ich eine mutige Positionierung, die Sie hier getroffen haben. Ob das die Positionierung der GRÜNEN vor Ort ist, da mache ich einmal ein Fragezeichen. Aber unterstellen wir einfach einmal an dieser Stelle, Ultranet ist notwendig, dann ist es meines Erachtens ziemlich hasenfüßig, von Schwarz-Grün in dem Antrag zu schreiben, wir sind als Hessen ja nicht die Entscheider. Da kann man, liebe Kolleginnen und Kollegen, von einer Landesregierung deutlich mehr erwarten. Ich finde, man kann sich erstens nicht von vornherein damit abfinden, dass die rechtsrheinische Trasse gewählt wird. Ich finde, das Kostenargument darf in einer Abwägung nicht mehr wiegen als das Schutzgut Mensch. Zweitens. Ich finde, die Landesregierung sollte Stellung zu dem Vorwurf nehmen, der auch in dem Gutachten steht, dass die bestehende Trasse formell rechtswidrig ist, weil die damalige Landesregierung es 2008 versäumt hat, dem Betreiber einen Antrag auf Planfeststellung nahezulegen. Auch dazu, finde ich, sollte die Landesregierung sich bekennen. Drittens. Zu dem Hinweis in dem Gutachten und zu dem Hinweis der BIs, dass die bestehende Trasse vom Bedarfsplan abweicht, gibt es ebenfalls keine Stellungnahme der Landesregierung. Auch hier muss ich feststellen, es ist noch längst nicht alles geschehen, was man eigentlich von einer Landesregierung erwarten könnte. Zuletzt komme ich einmal zu dem Punkt der 400 m. Frau Dorn, Sie haben es angesprochen, dass die 400 m durchaus emotional bei der Anhörung zum Landesentwicklungsplan diskutiert wurden, vor allem vom Frankfurter Planungsdezernenten Maik Josef. Ich habe das damals geglaubt, ich glaube das jetzt noch, dass die wahren Gründe dafür, dass der grüne Wirtschaftsminister ein LEP vorliegt, wo die 400 m als Ziel drin sind, nicht der Gesundheitsschutz sind, sondern dass die wahren Gründe dafür sind, dass die GRÜNEN damit versuchen, Siedlungsentwicklung zu verhindern. Ich glaube, dass das die wahren Gründe der GRÜNEN waren. Ich dachte, ich habe eigentlich bis letzten Sonntag gedacht, dass die CDU-Fraktion sich da über den Tisch ziehen lassen, bis ich dann den denkwürdigen Auftritt von Herrn Banzer und der CDU mit dem Sternmarsch gegen weitere Siedlungsentwicklung gesehen habe. Ich glaube, die CDU hat sich nicht über den Tisch ziehen lassen. Ich glaube, die CDU ist hier der gleichen Meinung, dass sie sich nämlich längst davon verabschiedet hat, dass wir den Kommunen im Rhein-Main-Gebiet auch tatsächlich Siedlungsentwicklung ermöglichen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Folgen, die das hat, Frau Kollegin Dorn, Sie zeigen im Übrigen immer nach Berlin, wenn es darum geht, dass der Netzausbau von der Großen Koalition beschleunigt werden muss und so weiter und so fort. Die Folgen sind, dass Sie mit so einer Politik den Protest vor Ort bei den Betroffenen von Ultranet, bei den Kommunen, bei den Bürgerinitiativen erst schüren. Herr Kollege Weiß, Sie müssen zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss, indem Sie diesen Prozess erst schüren. Sie sorgen dafür, dass es keine Befriedung gibt, sondern dass es Klagen geben wird, die diesen Netzausbau weiter verhindern. Sie als GRÜNE und auch dieser grüne Wirtschaftsminister müssen nicht mehr nach Berlin zeigen, wenn es darum geht, dass der Netzausbau in irgendeiner Art und Weise verhindert, sondern kann sich ab heute an die eigene Nase fassen. liebe Kolleginnen und Kollegen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Wissler, SPD-Fraktion. Präsident Norbert Kartmann und der SPD Sorry, ich habe Sie gerade eingemeindet, Frau Kollegin Wissler. Das nehme ich natürlich zurück, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die Landesregierung hat noch die vergessene Landkarte zum Landesentwicklungsplan gefunden. Sie soll jetzt noch nachträglich als Anhang zum LEP hinzugefügt werden. Leider wird der veraltete Landesentwicklungsplan nicht besser, wenn man ihn aufmalt. Deswegen bleibt unsere Kritik am Landesentwicklungsplan bestehen. Ich will es nicht mehr umfassend, sondern nur ein paar Punkte benennen. Das Ziel zur Senkung des Flächenfraßes ist nicht ambitioniert genug. Das Ziel der Netto-Null-Neuversiegelung muss schneller erreicht werden, sonst ist unser Bundesland schneller als es lieb ist unter Beton und Asphalt verschwunden. Wir kritisieren auch die Formulierung zum Frankfurter Flughafen, weil wir glauben, dass die Tür noch einmal sperrwangelbar aufmacht zum weiteren Ausbau des Flughafens. Auch beim Thema Lärmschutz haben wir da Kritik. Wir befürchten, dass es wenigstens nützt, wenn man den Bannwald noch endgültiger, als er eigentlich immer schon geschützt war, schützt. Das wird den Menschen seit der Startbahn West erzählt. Wenn am Ende bei der Seering- oder bei der Nordwestlandebahn Bannwald fallen muss, werden die Grundsätze bei Bedarf doch wieder beiseite gewischt. Deswegen gab es an der Anhörung auch viel Kritik. Deswegen bleiben wir auch bei unserer Kritik. Es gab auch das Thema Abstandsregelungen zu Strommasten. Das ist in der Anhörung angesprochen worden. Es gibt auch rigide Eingriffe in die kommunale Planungshoheit. Der Landesentwicklungsplan könnte ein Instrument sein von Vision und wegweisender Zukunftsplanung. Das ist es aber nicht. Das haben auch viele Anzuhörende so bestätigt. Deswegen bleibt unsere Position hier bestehen. Dann reden wir heute noch über die Anträge zum Stromtrassenprojekt Ultranet. Da will ich grundsätzlich sagen, dass wir von Anfang an und generell die Notwendigkeit dieses Projekts bezweifelt haben. Da hat sich unsere Position überhaupt nicht verändert. Es handelt sich hier um einen Bypass, um Braunkohlestrom aus dem rheinischen Kohlerevier zur Atomruine im Badischen Philippsburg zu transportieren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Das, Kollegin Doorn, ist nicht die Energiewende, die wir uns vorstellen. Das zementiert die bisherigen zentralistischen Strukturen mit Großkraftwerken von Großkonzernen und von dort ausgehenden Verteilnetzen. Frau Kollegin Doorn, das ist kein Wegducken vor irgendwelchen Widerständen. Das ist es nicht. Es ist nicht so, dass wir uns wegducken. Frau Kollegin Doorn, habe ich Ihre Aufmerksamkeit? – Es ist kein Wegducken vor irgendwelchen Widerständen. Das wissen Sie. Sie wissen, dass wir zum Ausbau der Windenergie stehen, trotz der Widerstände, die es gibt. Ich selbst war in Vogelsberg und habe dort mit Anwohnerinnen und Anwohnern diskutiert. Sie saßen, ich glaube, letzte Woche auf einem Podium mit der Kollegin Schott. Wir stehen zum Ausbau der Windenergie, weil wir es für die Energiewende sinnvoll halten. Wir diskutieren auch mit den Menschen in den Bürgerinitiativen, die dagegen sind und verändern unsere Position nicht. Bei der Trassenplanung sehen wir es anders. Wir sind nicht überzeugt davon, dass diese Trassen sinnvoll sind, um eine dezentrale Energiewende hinzubekommen. Wir wollen möglichst ortsnah produzierten Strom aus erneuerbaren Quellen, lokale Strukturen aus Stadtwerken und Bürgergenossenschaften stärken. Da brauchen wir den Ausbau der Stromnetze. Ja, das brauchen wir, aber vor allem der örtlichen Verteilnetze. Wir brauchen keine Megatrassen für Braunkohlestrom, wo man da nicht ein- und nicht ausspeisen kann. Deshalb ist unsere Position hier ganz klar. Da geht es nicht darum, dass hier irgendwelche Widerstände sind, sondern wir halten diese Trassen für kontraproduktiv, wenn wir eine dezentrale Energiewende wollen. Deswegen ist unsere Position hier auch ganz klar. Wenn diese Trassen dann schon gebaut werden, dann müssen natürlich die Sorgen der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner und auch der Bürgerinitiativen ernst genommen werden und jede Beeinträchtigung nach dem gegenwärtigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ausgeschlossen werden. Nun ist es so, dass hier mehrere Landkreise und mehrere Kommunen betroffen sind. Da darf man kein Hauruckverfahren machen, sondern da muss man die Sorgen der Menschen natürlich auch ernst nehmen. Aber noch einmal, wir halten das grundsätzlich für sinnvoll, eine derartige Trassenplanung, weil sich doch das Stromnetz an der Art der Erzeugung von Energie orientieren muss. Deswegen gehen wir gerne mit Ihnen auf jedes Podium und argumentieren gemeinsam für den Ausbau der Windenergie. Aber von diesem Trassenprojekt sind wir nicht überzeugt, und das bleibt auch so. Deshalb ist das Problem, dass das Ultranet-Projekt ein bisschen sinnbildlich ist für die Änderungen, die wir am Landesentwicklungsplan haben. Statt einer mutigen Vision für die Zukunft wird mit schlechten Krücken und Pflastern mühsam der Status quo erhalten. Deshalb ist der Landesentwicklungsplan einfach nicht zeitgemäß, und er wird auch durch die letzten Änderungen nicht besser. Das ändert auch nichts, wenn man das Ganze auf eine Landkarte zeichnet. Vielen Dank. Vielen Dank. – Das Wort hat Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Eigentlich habe ich gedacht, das sei der letzte Tagesordnungspunkt nach drei vergleichsweise anstrengenden Tagen. Das muss ich jetzt noch einmal ein bisschen ausholen. Herr Weiß, manche Sachen gehen nicht. Ich werde gleich noch zu Ultranet sagen. Aber wenn Sie sich hierhin stellen und sagen, wir hätten die Abstandsregeln zu den Stromtrassen in den Landesentwicklungsplan hineingemacht, weil wir ganz geheim sozusagen eine versteckte Agenda haben, um Siedlungsflächen zu verhindern, dann darf ich Ihnen etwas vorlesen. Das ist die Drucksache 19-967. Das war am Anfang der Legislaturperiode ein Antrag der SPD-Fraktion. Der Landtag wolle beschließen, die Landesregierung wird aufgefordert, umgehend den Landesentwicklungsplan dahingehend zu ändern, dass analog zu Niedersachsen eine landesplanungsrechtliche Festlegung hinsichtlich der Mindestabstände von Stromtrassen zu Wohnhäusern und Wohngebieten getroffen wird. In der Begründung im zweiten Absatz steht, in dem Landesentwicklungsplan Hessen ist daher umgehend, eine mit der Verordnung über das Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen vergleichbare Regelung aufzunehmen. Dort heißt es unter Punkt 4, Punkt 2, Punkt 7, Satz 6 folgende, Trassen für neu zu errichtende Hochspannungsfreileitungen sind so zu planen, dass die Hochspannungsfreileitungen einen Abstand von mindestens 400 m zu Wohngebieten einhalten können. Jetzt passen Sie einmal auf, es wird noch viel doller. Das ist ein Antrag der Abgeordneten, halten Sie sich fest, ein Antrag der Abgeordneten Gremmels, Frankenberger, Barth, Eckert, Faeser, Grüger, Hofmeyer, Lotz, Müller, Dr. Neuschäfer, Rudolf, Warnecke, Waschke und Weiß. Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Zweitens. Wir haben damals diesen Antrag abgelehnt und gesagt, wir werden im Laufe dieser Legislaturperiode den Landesentwicklungsplan ändern, und dann werden wir das aufnehmen. Genau das haben wir gemacht. Beifall bei Abgeordneten der LINKEN und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Zweitens, Herr Kollege Weiß. Nicht das Land Hessen legt den Bedarf für den Stromnetzausbau fest, sondern es gibt einen Bundesbedarfsplan. Vielleicht erinnere ich Sie einmal daran, der ist von der Großen Koalition in Berlin beschlossen worden. Da gibt es die SPD doch noch, oder? Ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, wir haben viele unterschiedliche Konflikte allüberall. Aber wenn wir am Ende des Tages zu unseren eigenen Zielen, zu dem, was wir selbst einmal beantragt haben, nicht mehr stehen, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn die Politik im Ansehen der Bürgerinnen und Bürger sinkt. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Warum machen wir das eigentlich? Ich habe doch keinen Spaß daran, an dieser Stelle an vielen verschiedenen Stellen zu sagen, Infrastrukturerfordernisse, ICE-Trasse im Main-Kinzig-Kreis, Ultranet im Rheingau-Taunus-Kreis oder in den betroffenen Kreisen insgesamt. Ich könnte Ihnen auch viele Debatten erzählen, die wir über Windkraft im Vogelswerk haben. Warum machen wir das eigentlich? Wir machen das, weil sich dieses Land gemeinsam auf den Weg der Energiewende begeben hat. Jetzt kann man darüber streiten, ob das alles nötig ist. Aber das müssen wir erst einmal festhalten. Das haben wir alle gemeinsam gemacht. Wir wollten die Atomkraftwerke abschalten, und wir müssen sukzessive danach auch die Kohlekraftwerke abschalten. Ich glaube, an dieser Stelle einmal generell zum Netzausbau. Wenn man ein System umbaut, wo es bisher 500 große Erzeuger gab, die regelmäßig produziert haben, und man dreht das um zu zwei Millionen Erzeugern, die volatiler produzieren, dann ist eigentlich logisch, dass man eine größere Vernetzung braucht, damit das System stabil bleibt. Das müsste eigentlich erst einmal unstrittig sein. Es ist auch klar, dass wir aus verschiedenen Gründen starke Industrie in Südhessen, denken Sie an die BASF, denken Sie an die großen Industrieblöcke in Baden-Württemberg oder in Bayern, dass wir im Süden von Deutschland einen relativ hohen Verbrauch haben. Das nun einmal aus bekannten Gründen, weil der Wind an der Küste mehr weht und auf See erst recht, dass wir in Norddeutschland eine relativ hohe Windenergieerzeugung haben. Das ist Fakt. Herr Staatsminister, ich erinnere an die Redezeit der Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank. Aber das müsste eigentlich erst einmal unstrittig sein. Wir bauen auch die erneuerbaren Energien in Hessen aus, damit wir nicht noch mehr Ausbaubedarf bei den Netzen haben. Aber wir haben jetzt schon 6 Gigawatt Offshore-Windkraft als Beispiel, und es sollen in den nächsten Jahren noch 10 Gigawatt dazukommen. Wir haben im letzten Jahr 1,4 Milliarden € ausgegeben, bzw. die Netzbetreiber haben das ausgegeben und die Verbraucherinnen und Verbraucher haben es bezahlt für sogenannte Redispatch-Maßnahmen. Das heißt, Windkraft abregeln im Norden, Ölkraftwerke in Österreich hochfallen, um das Netz irgendwie stabil zu machen, weil die Nord-Süd-Leitungen fehlen. Diese 1,4 Milliarden € werden übrigens von den Gegnern der Energiewende immer benutzt, um die Energiewende zu diskreditieren. Deswegen ist das aus Sicht der FDP logisch. Wenn man gegen die Energiewende ist, dann ist man auch gegen den Netzausbau. Aber ich will an dieser Stelle einmal sagen, da sind wir am Ende in einer Situation, in der wir uns entscheiden müssen, ob wir das hinbekommen und wie wir das hinbekommen. Das einmal generell. Wenn man sich das insgesamt anschaut, manche vergessen das oft. Wir haben noch sieben laufende Atomkraftwerke in Deutschland. Sieben. Schwerpunkt in Süddeutschland. Eines übrigens in Philippsburg. Das ist der Endpunkt von Ultranet. Deswegen an dieser Stelle sehr deutlich. Ich möchte nicht, dass wir in eine Situation kommen, das wird eh noch schwer genug werden. Wir müssen die bestehenden Netze ertüchtigen mit Leiterseilen, mit Freileitungsmonitoring und, 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 weil die Gleichstromleitungen bis 2022 nicht fertig werden. Das wissen wir jetzt schon wegen der ganzen Verzögerung, die wir schon hatten. Aber ich möchte nicht, dass am Ende des Tages, da kann ich Ihnen jetzt schon eine Wette darauf anbieten, im Jahre 2022 die CSU in Bayern, die nach allen Regeln der Kunst den Netzausbau verzögert hat, dann sagt, jetzt müssen die Atomkraftwerke länger laufen, weil wir keinen Strom haben. Das müssen Sie ebenfalls mit bedenken. Wir haben uns gemeinsam auf den Weg zu dieser Energiewende gemacht. Deswegen ist es sehr klar. Wir entscheiden nicht über Ultranet, über den Trassenverlauf. Das macht die Bundesnetzagentur, das machen die Vorhabenträger, also Amprion und Transnet BW. Aber wir sind beteiligt in dem Sinne, dass wir Stellung genommen haben. Ich persönlich bin überzeugt davon, dass wir diese Leitung brauchen. Aber natürlich muss man diesen Bedarf im Verfahren auch noch einmal nachweisen, weil jeder, der gegen ein solches Verfahren klagt, wenn der Vorhabenträger den Bedarf nicht nachweisen kann, gewinnt. Auch das ist Teil dieses Verfahrens. Deswegen an dieser Stelle sehr ausdeutlich. Wir haben Stellung genommen, und wir sehen an diesem Punkt eine Chance. Jetzt müssen Sie wissen, egal, wie Sie Netze ausbauen, Sie haben immer ein Problem. Als Freileitungen geplant wurden, Stichwort Südlink, als das noch als Freileitung geplant war, die Nordhessen erinnern sich, und auch die Osthessen. Was war da los? Stichwort Monstertrassen. Freileitung trifft auf Widerstand. Dann kam die Erdverkabelung ins Spiel. Ich rate Ihnen einmal einen Blick auf den Südostlink. In der Magdeburger Börde haben Sie ganze Gemeinden, die jetzt auf Freileitung bestehen, weil Sie sagen, die Erdverkabelung ist schlecht für die Struktur des Bodens. Der Bauernverband ist total dagegen. Auch Erdverkabelung ist nicht ohne. Übrigens wird Erdverkabelung nach ganz anderen Kriterien gesucht, wo man das macht als eine Freileitung. Deswegen sind wir jetzt vom Südlink in der Vorzugstrasse nicht mehr betroffen, weil es durch Thüringen geologisch besser geht. Aber noch einmal. Nach ganz anderen Kriterien wird da gesucht. Dann haben wir gedacht, die Hybridleitung ist an dieser Stelle gut, wenn man weder in die Bodenstruktur eingreifen noch eine neue Freileitung irgendwo durchschlagen muss. Jetzt haben wir da auch die Diskussion. Jetzt sage ich Ihnen an dieser Stelle, und das ist der Punkt, wo wir uns auch geäußert haben, die Bundesnetzagentur aufgefordert haben, einen möglichst breiten Korridor im Verfahren zu wählen, damit wir die Möglichkeit haben, zu verschwenken. Diese Stellungnahme haben wir abgegeben, weil die jetzige Höchstspannungsleitung, die jetzige 380 kV-Leitung, das ist einmal von der Preußen Elektra gebaut worden. Zur Wahrheit gehört auch dazu, Stichwort Abstandsregeln, dass sich in aller Regel die Wohnenbebauung später einmal an die Trasse herangerobbt hat, wenn ich das einmal so sagen darf. Wir sehen jetzt eine riesige Chance. Die Chance ist, dass, wenn wir die Gleichstromleitung auf der Wechselstromleitung mitführen, dann haben wir die Chance, die Wechselstromleitung von der Wohnenbebauung abzurücken. Diese Chance haben wir aber nur, wenn es die Hybridleitung ist. Wenn man sich mit den Forderungen nach Erdverkabelung durchsetzt, dann wird nach völlig anderen Kriterien gesucht, und dann bleibt die Wechselstromleitung, wo sie ist. Das muss jeder wissen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in unserer Stellungnahme ist ebenfalls die Bundesnetzagentur aufgefordert worden, natürlich auch auf die Bedenken einzugehen, und alle Möglichkeiten zu nutzen, von der Trasse abzurücken. Aber ich bitte an dieser Stelle, dass wir ernsthaft miteinander diskutieren, dass wir die Bedenken der Bevölkerung ernst nehmen, aber dass wir am Ende immer genau überlegen, dass, wenn man bestimmte Sachen fordert und die dann bekommt, dass dann vielleicht andere Sachen passieren, die man gar nicht wollte. Deswegen gilt in allen Punkten immer, bedenke das Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das Wort hat Kollege Müller, FDP-Fraktion. Fünf Minuten Redezeit. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Al-Wazir, Sie scheuen doch sonst nicht die Öffentlichkeit. Das kann man nun wirklich nicht sagen und Ihnen vorwerfen. Aber warum kennt kein Mensch hier in diesem Hause, vielleicht die Regierungsfraktionen, aber keine aus der Opposition, diese Stellungnahmen? Warum haben Sie zu dieser Stellungnahme, als Sie sie eingereicht haben, keine Pressemeldung gemacht oder eine Pressekonferenz und verlautbaren lassen, was Sie fordern, um auch einmal ein bisschen Druck aufzubauen auf die Bundesnetzagentur, auf die Bundesregierung, hier etwas zu ändern im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner? Wir haben nichts davon gehört. Wir kennen Sie bis heute nicht. Wir haben vor anderthalb Stunden einen Antrag bekommen, in dem steht, dass wir diese Stellungnahme begrüßen sollen. Wir kennen die Stellungnahme gar nicht, Herr Al-Wazir. Das ist überheblich. Bei allem, was ich die Herangehensweise durchaus teile, man muss sich sehr genau überlegen, was man wie fordert. Aber man muss es mit Druck machen. Die bayerische Landesregierung hat sich vor zwei oder drei Jahren schon stark gemacht gegen die Freileitung. Da ist mittlerweile längst die Planung mit Erdverkabelung auf dem Weg. Wir sind jetzt gerade dabei. Wo haben Sie sich denn so lange versteckt? Was ist denn passiert? Das ist das, was wir Ihnen vorwerfen. Jetzt zu kommen und zu sagen, wir wollen aber beides in der Hybridleitung verschwenken, das ist das Optimale, wenn das am Ende herauskommt. Aber was machen Sie denn, wenn Sie sagen, wir fordern keine Erdverkabelung und wir setzen darauf, dass es die kleinräumigen Trassenverschwenkungen für die gesamte Hybridleitung gibt, und es funktioniert am Ende nicht? Dann sind nämlich die Anwohner die Kniffenen, die teilweise 15 oder 20 m entfernt wohnen. Dann haben Sie nämlich die Hybridleitung direkt an der Haustür mit allen Emissionen, die damit verbunden sind. Das ist auch fahrlässig, so vorzugehen. Deswegen muss man öffentlich Druck aufbauen. Von Ihnen war bis jetzt zu diesem Thema nichts zu hören. Ich hoffe, dass sich das ändert. Ich wäre jedenfalls dankbar, wenn alle Abgeordneten des Hessischen Landtags irgendwann einmal die Stellungnahme vorgelegt bekommen könnten, damit wir auch einmal sehen, was die Landesregierung zu diesem Thema gesagt hat. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Kollege Weiß, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich komme deswegen ganz kurz zu drei Punkten. Der erste Punkt ist die fehlende Stellungnahme. Da hat Stefan Müller gerade schon einiges zu gesagt. Ich finde das auch schon ein starkes Stück, sich hier fünf Minuten lang hinzustellen und zu sagen, was alles Tolles er mit seiner Stellungnahme an die Bundesnetzagentur bekannt gegeben hat. Schwarz-Grün legt uns einen Antrag vor, in dem steht, wir sollen diese Stellungnahme begrüßen. Keiner hier in diesem Haus kennt die Stellungnahme, die diese Landesregierung abgegeben hat. Ja, die vielleicht, aber nicht die Oppositionsfraktionen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das finde ich ein ziemlich starkes Stück, und so geht man nicht miteinander um. Das ist erstens. Zweitens stelle ich fest, dass Sie zu keinem einzigen der Punkte, die ich hier eben mehrfach vorgetragen habe, die Kritikpunkte sind, die von uns vorgetragen wurden, die von den Städten und Gemeinden, die von den Kreisen vorgetragen wurden, von den BIs, von den Gutachtern an der Landesregierung. Nicht zu einem einzigen Punkt haben Sie etwas gesagt. Zweitens. Drittens. Herr Kollege Al-Wazir, ich finde, das geht gar nicht. Wir haben so oft darüber geredet, dass man bei großen Infrastrukturprojekten die Menschen mitnehmen muss. Bei der Windkraft haben Sie es selbst gesagt. Sie schaffen extra Mediatoren bei der Hessen-Agentur, die vor Ort hingehen sollen, Konflikte lösen sollen usw. und so fort. Bei diesem Thema stellen Sie sich hier als Minister allwissend hin und erklären von diesem Pult aus den Leuten von oben herab, warum ihre Sorgen unbegründet sind, warum das Quatsch ist, wenn sie demonstrieren usw. und so fort, statt sich auf einen Dialog einzulassen, mit den Leuten zu reden, zu argumentieren, um wirklich die Sache zu befrieden, um dafür zu sorgen, dass diese Infrastruktureinrichtung, wenn sie aus Ihrer Sicht so sinnvoll ist, auch tatsächlich vorankommt. Liebe Leute, das geht so nicht. Ich finde, das darf man nicht mit zweierlei Maß messen. So geht man nicht um, wenn man Leute überzeugen will, einer Infrastruktureinrichtung zuzustimmen. Da stellt man sich nicht hierhin und sagt denen von oben, so ist es, und wenn ihr es nicht wisst, seid ihr blöd, sondern da redet man mit denen auf Augenhöhe und versucht, sie zu überzeugen. Das ist Bürgernähe, Herr Minister. Vielen Dank, Kolleginnen und Kollegen. Ich habe keine weitere Wortmeldung. Dann kommen wir jetzt zunächst zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 46, Drucksache 19, Drucksache 19 6651. Wer zustimmt, bitte das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Gegenstimmen? Das sind die Fraktionen von FDP, SPD und LINKEN. Damit ist der Antrag der Landesregierung angenommen. Sollen die beiden weiteren Punkte in den Ausschuss oder abgestimmt werden? SPD wird abgestimmt. FDP kommt in den BVA. Abstimmen. Tagesordnungspunkt 51, Drucks. 19, 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 Wer stimmt dagegen? – CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Dann ist auch dieser Tagesordnungspunkt abgelehnt. Last but not least, Tagesordnungspunkt 83, Drucks. 19-6712. Wer diesem Antrag zustimmt, bitte das Handzeichen. – CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. – Gegenstimmen? – Fraktionen SPD, LINKEN und FDP. Damit ist dieser Antrag angenommen. Kolleginnen und Kollegen, wir sind am Ende der Tagesordnung, kommen zum Abräumen. Ich lese vor, was bei mir angekommen ist. Tagesordnungspunkt 14 wird zur abschließenden Beratung überwiesen, 15 wird zur abschließenden Beratung an den Sozialstaaten kontrolliert. 16 wird ins nächste Plenum eingebracht werden, 17 zur abschließenden Beratung an den SIA, 18 ins nächste Plenum, 19 zur abschließenden Beratung an den KPA, 20 ins nächste Plenum, 21 zur abschließenden Beratung an den Haushaltsausschuss, 22 nächstes Plenum, 23 zur abschließenden Beratung an ULA, 24 zur abschließenden Beratung an den SIA und INA, 26 zur abschließenden Beratung an den WVA, 27 nächstes Plenum, 28 zur abschließenden Beratung im SIA und 29 ins nächste Plenum, 30, 31, 32 ins nächste Plenum, 33 zur abschließenden Beratung an den WVA, 34 zur abschließenden Beratung an den SIA, 35, 36 und 37, nächstes Plenum, 38 zur abschließenden Beratung an den WVA, 39, 41, 42 bis 43, nächstes Plenum, 24 zur abschließenden Beratung an den RTA, 45, 53 und 81, nächstes Plenum. Damit sind wir am Ende der Tagesordnung. Ich wünsche einen guten Heimweg und einen angenehmen Abend. Ich schließe die Sitzung. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.